Gut nochmal, ich wollte einen langen Tag, ich habe das nicht zu schnell geredet. Kannst du mich damit runter? Nein. Ich bin schon wieder heiss. Ich bin Ladina Jenny, fahre einen Snowboard Alpin. Ich bin geboren. Okay. Also nochmal. Im Sommer bin ich... Jetzt kraten wir noch mein Zeugs zusammen. Und... Was noch? Äh... Mit mir geht das länger. Ich habe gestockt. Und sonst verbringe ich sehr viele... Nein. Schrecklich. Also nochmal. Ein Hobby? Nein, ist es ein Hobby? Oder wie sagt man das?